Bevor der Helm auf den Kopf kommt, ganz kurz eine Frage. Gibt es einen Gott in Berlin? Ich hoffe ja. Also ich hoffe, dass er für mich auch da ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch mehr sagen soll, weil ich muss jetzt gerade zum Arzt und werde sehen, ob es denn einen Gott gibt.